Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Gedenkt des Lichtes, anzunehmen bei einer Hovetafun, in den Sümpfen des Seelands, an dieser Stelle im Gebäude drinnen, vor Quests Waven, Nebelatem und der Weinquell. Seid gesegnet. Verliebt euren Glauben nicht. Mal schauen, was wir hier machen dürfen. Wir werden nicht so gut verliefern. Da bin ich jetzt gespannt, was da passiert. Schaut mal die Quatschen miteinander. Anscheinend müssen wir ein bisschen waften. Jetzt ist er verschwunden. Okay, das war's auch schon anscheinend. Bestes abzugeben bei einer Hovetafun, in den Sümpfen des Seelands, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Ich laufe auch kurz nach außen, damit ihr das Gebäude von außen seht, eventuell besser findet. So sieht es aus. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt's noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!